Hallo Freunde und willkommen zurück hier bei Assassin's Creed. Wir hängen hier einfach mal ein bisschen ab und ich würde sagen, wir versuchen, dass ihr einfach nochmal... ...einige wertvolle Informationen für euch. Wenn wir es diesmal schaffen sollten. Autsch. Och, diese blöde Frau. Oh oh. Ja. Ja. Das fängt ja wieder gut an. Immer diese blöden Bettler. Das hat er jetzt nichts mehr gebracht, aber... ...ich wollte ihn trotzdem loswerden. Diesen blöden Templer. Und er schon wieder macht mir so einen Bettler, alles kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Sind die etwa alle sauer, dass ich den... ...wieso bleibt er jetzt nicht da drin? Haha. Flup. 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 Und das hat schon wieder immer... ...bevor... ...kurz bevor wir uns irgendwo verstecken können, sieht uns jemand. Da ist eine Flagge, die nehmen wir direkt mal mit. Wenn wir schon mal hier rumlaufen. Aua. auch das ist doch irgendwie ein bisschen der nicht und da haben wir noch eine und hier sind schon wieder so blöde Schubser ey man 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 tut mir leid aber um die kann ich mich das wirklich nicht kümmern es kam nicht da hat er sich nicht dran festgehalten ich werde sie mit steinen Schubbach sagt der konnte uns eigentlich gar nicht treffen aber egal du so den hätten wir auch so jetzt weg hier oh mann ach herrje ey die sind immer die die Bettlauer die Typ oder die Bekloppen die einen immer schubsen wie oft haben die und jetzt schon solche mit Aktionen versaut ich weiß es nicht auf jeden Fall viel zu oft da sind wir da sind wir geht erstmal hier hin zum Aussichtsturm damit wir den auch haben so so hopp 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 zack so das müsste ja hinten sein das ist nur die Frage wie kommen wir da am besten hin das ist das ist das ist das ist das ist wir wir sind zwar nicht richtig hier müssen wir hin zack so das ist das ist das ist das ist das ist hier hier ein ich schule Da haben wir noch eine. Wow. Und fast abgestürzt. Und hier ist auch noch ein Aussichtsturm. Hoppala. Und ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, klettern wir hier auch gleich mal rauf. Und hopp. Und danach versuchen wir an die Mission nochmal. Denn wir brauchen diese Informationen, damit wir unser Ziel auch beseitigen können. Okay. So. Was ist das hier? Noch mehr Informationen. Ah, hier sind wir jetzt näher dran. Deswegen versuche ich das jetzt. Ach, klar. Die dürfen uns immer... Die dürfen uns rumschubsen. Und wenn wir die schubsen, dann fliegen wir direkt auf. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Jetzt müssen wir jetzt wieder anonym werden. Schwupp. Dann warten wir mal kurz. Sobald wir hier aufstehen. So viel rote. Und da steht schon wieder die Bettlerin. Nein. Äh. Ich habe nichts. Eine milde Gabe. Bitte. Bitte. Habt ihr Geld für mich? Nein. Die Familie ist groß und dick im Sterben. Habe ich nicht. Den konnte ich jetzt nicht direkt mitnehmen. Aber wenn der da schon mal so gut steht... Tschüss. Der nächste müsste jetzt hier irgendwo sein. Da ist er. So. Wollt ihr uns hier wieder rumschubsen? Hauen wir mal lieber ganz schnell ab. Und jetzt ist es schon wieder verdammt aufmerksam geworden hier. Oh Mann. Oh. Empfang diese christlichen Recken wie Brüder. Heißt sie mit unserer Hand willkommen. Ich habe solche Verkaufs nicht. Können wir die Sünden der Vergangenheit. Irgendwo hier. Hier muss der sein. Oh. Okay. Der geht nach hier. Komm mal her. Schwupp. Und einen noch. Der ist hier irgendwo. Ist gerade in die Ecke gegangen. Klar. Okay. Der kommt zurück. Ach. Ach. Weil die uns rumschubsen? Haben wir was verbrochen? Was soll denn der Schwachsinn? Ey. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Nur weil die Idioten uns schubsen, fliegen wir auf. Mann, 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 Mann. Dreh dich mal um. Das ist doch echt nicht zu glauben. Das ist doch echt nicht zu glauben. Hoppala. Hoppala. Da sind wir wieder auf der falschen Seite. Müssen wir erst hier rüber. Na gut. Schwupp. So. Ich verstehe nicht, was ich hier erreichen will. So. Auf ein Neues. Weißt du, was ist mir egal? Lass mich in Ruhe, Frau. Wow. Na schön. Zack. Den nehmen wir mit. Hoppala. Wo ist er? Da hinten? Zack. Wir alle haben darunter gelegt. Wir alle haben darunter gelegt. Wir haben so Kamerad und Uchraub. Nun, nun, gibt es Gelegenheit, aber wir wieder gut machen. Wir haben uns neu begonnen. Lass uns Frieden. Hallo. Hallo. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Nein. Ich nicht. Da vorne ist er. Ich muss verdammt aufpassen. Was will der denn? Okay. Okay. Zack. Und jetzt schnell zurück. So. Entschuldigung. Da ist er. Wir haben es doch nochmal geschafft. Ich weiß nur, warum ich dem Clan beitrat. In eurer Nähe zu sein, ist ein Geschenk Gottes. Hier ist, was ich über Roberts Männer weiß. Sie sind wohl für den Kampf gerüstet. Sie auf einmal zu bekämpfen, wäre unklug. Lasst sie euch jagen, bevor ihr zurückschlagt. Doch ist es respektlos von mir, einem Meister zu sagen, wie er sich im Kampf verhalten soll. Verzeiht mir, Meister. Nichts für ungut. Ich bin schon okay, mein Freund. Ist schon okay. Okay. Okay, okay. Bürger retten. Taschendiebstahl, da schalte ich mir so wieder. Deswegen gehen wir mal zu diesem Aussichtspunkt. Ja, ich habe ihn. So. Da ist eine Flagge. Ach. Das ist die Flagge vom letzten Mal wieder. Komm euch jetzt, euch, die jetzt mal Kriege. Ja, ich habe ihn verstanden. Ich habe ihn verstanden. Okay. Hier runter. Na, also. Hier ist doch keiner. tschüss okay schwupp da ist ein Templer stirb Templer, stirb Aua Au So, jetzt seid ihr dran, zack tschüss Au Hoppala tschüss zack zack tschüss und tschüss und weiter hier ist nichts passiert Oh scheiße Hoppala So den nehmen wir schnell mal so mit wo flub da ist also unsere Aussichtung, wir müssen da hoch da ist noch eine Flagge tschüss 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 so Jetzt gehts hier hoch so gut wenn sie sich erlaubt ist dann gehe ich einfach hier rum damit wir uns hier nicht runter schießt und tschüss denken die zeit mit flagge egal wir synchronisieren hier erst mal und abflug so und jetzt gehen wir und abflug so und jetzt gehen wir hier hin oh oh boah das tat aber weh gut freunde und dann will ich mal sagen hier machen wir dann im nächsten part weiter also ich zieh mich da mal nach hier zurück und werde einfach mal ein bisschen beten amen okay ich sage dann wir sehen uns hoffentlich im nächsten party wieder wenn wir die informanten herausforderungen machen bis dann und schau hier